Hallo und herzlich willkommen zu meiner App Preview iPhone SDK Tutorials Ja, zuallererst mal schlechte Neuigkeiten Das Projekt, das ich euch bereits schon vor einigen Wochen gezeigt habe werde ich abbrechen Also das heißt, es hat nicht angefangen und es wird auch nicht aufhören da ich dieses Programm jetzt hier entwickelt habe und auf diesem Projekt dann weiterarbeiten werde Hier sind dann alle Programme dabei Praktisch, da ihr hier wirklich alles habt und auch mal ausprobieren könnt Also, ja, die Richtige Alle Projekte, die ich bis jetzt mit euch eigentlich angeschaut habe Hier Ähm Das Also das ist jetzt wirklich alles dabei Und Wenn ihr da jetzt irgendwas anschauen wollt Kann man dann auf Code Dort ist der gesamte Code, den ich verwendet habe Also, ja Eben nochmals kurz zurück zu dem Anderen Projekt Das werde ich dann irgendwann mal hier implementieren Und das wird eigentlich als Unterkategorie Ähm Verfügbar sein Von dem eigentlich Hauptprojekt Das wird dann auch nochmal völlig neu designen Ich werde alles nochmal völlig neu überarbeiten Hab bereits die ersten Grafiken etc. erstellt Also, ähm Ja, das wird schon ziemlich gut Und dann würde ich euch empfehlen Ladet dieses Programm sofort runter Denn Ähm Irgendwann wird es dann Kostenpflichtig sein Und Ja Dann Ja, noch dazu Das wird ab dem 1. Juni Wird das verfügbar sein Gratis Ein Monat lang Danach Wird es, ähm An die 1,50 Euro etwa kosten Ähm Beziehungsweise 2.20 oder 2 Dollar Und Äh Kann dann Ohne Probleme Verwendet werden Und Ähm Der gesamte Code ist eigentlich zum Nachmachen erlaubt Beziehungsweise Ähm Erwünscht Ja Und Dann Sag ich hier schon mal Danke Und Ähm Man hört sich